star trek schauspielerin patty yasutake ist verstorben nachruf auf patty yasutake ein verlust für die star trek familie die fänge meinde von star trek trauert um eine ihrer bemerkenswertesten schauspielerinnen patty yasutake bekannt für ihre rolle als nurse alissa ogawa in der kultigen science fiction serie ist verstorben die schauspielerin die auch in verschiedenen anderen film- und fernsehproduktionen mitwirkte hinterlässt sowohl im beruflichen als auch im privaten bereich ein tiefes loch yasutake wurde in los angeles geboren und wuchs in einer multikulturellen umgebung auf ihre unabhängigkeit und die hingabe zur schauspielerei führten sie zu einer karriere die über drei jahrzehnte umspannt als mitglied der star trek familie war sie nicht nur für ihre schauspielerischen fähigkeiten bekannt sondern auch für ihr engagement für die gemeinschaft kollegen und fans erinnerten sich an sie als eine lebensbejahende person die stets ein lächeln auf den lippen hatte besonders als teil der crew von star trek the next generation in den späten 1980er jahren stellte yasutake ihre schauspielerischen fähigkeiten unter beweis ihre figur nurse ogawa wurde nicht nur von den zuschauern geschätzt sondern auch von den machern der serie die ihre authentische darstellung der medizinischen fachkräfte würdigten es wurde berichtet dass sie in vielen szenen eine wichtige rolle spielte und zur multikulturalität der serie beitrug einige ihrer kollegen äußerten in ihren erinnerungen zu yasutake dass sie immer mit leidenschaft in ihre rollen eintauchte was ihre darbietungen zu einem besonderen erlebnis machte viele ihrer weggefährten hoben hervor wie sie stets bereit war andere zu unterstützen ihre hilfsbereitschaft wird von fans und freunden gleichermaßen geschätzt die sich dankbar an die gemeinsame zeit zurückerinnern abseits der schauspielerei setzte sich yasutake aktiv für diversität und gleichstellung in der unterhaltungsindustrie ein sie sprach häufig über die herausforderungen denen asiatische amerikanische schauspieler in hollywood gegenüberstehen es wurde bestätigt dass sie den jüngeren generationen von schauspielern insbesondere aus ethnisch vielfältigen hintergründen inspiration und unterstützung bot ihr engagement wird in der branche als vorbild angesehen und ihr verlust hinterlässt eine lücke die schwer zu schließen sein wird laut berichten starb patty yasutake im kreis ihrer familie die sich dankbar für die gemeinsamen jahre zeigte ihre angehörigen gaben an dass sie einen lebensstil führte der von freude und hingabe geprägt war der abschied von einer so talentierten und herzlichen person ist für viele die sie gekannt haben eine schmerzhafte erfahrung in den sozialen medien gingen zahlreiche beileidsbekundungen und erinnerungen an ihre leistungen ein und ihre fans sind bestürzt über diesen verlust die treue ihrer fangemeinde ist ein weiteres zeichen für den bleibenden einfluss den sie hinterlässt die erinnerung an patty yasutake wird in den herzen der star trek fans und der gesamten unterhaltungsindustrie weiterleben auto anita farke mittwoch 7 august 2024